So, wir sind aufgebrochen. Heute Morgen, Richtung Worms, zum Reichstag. Puh. Gut, dass uns der Goldschmied und Drucker Christian Döring seinen Rollwagen zur Verfügung gestellt hat. Zwei Wochen auf einem Pferd? Das wäre nichts für mich gewesen. Und vom Rat der Stadt Wittenberg gab es 30 Gulden, damit es uns unterwegs gut geht. Das ist doch mal was. Und irgendwie bin ich auch sonst guter Laune. Mein Bruder Jakob ist extra aus Mansfeld gekommen, um sich von mir zu verabschieden. Das war schön. Und am vergangenen Wochenende war Ostern. Halleluja! Ich meine, wenn Jesus den Tod überwinden kann, dann brauche ich ja wohl auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Dann kann ich fröhlich und mutig nach Worms fahren, ganz egal was dort passiert. Bis dahin, Gott mit dir und lang lebe die Reformation! Bis dahin, Gott mit dir und lang lebe die Reformation!